Hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und heute bin ich für euch in Battle for Astros unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute zeigen, wie ihr mit Patch 8.1.5 eure Halskette relativ easy um 10 upgraden könnt. Und zwar nicht über Acerid-Farmen, sondern über eine Quest-Reihe, wie mir gesagt wurde, die nur 3 Quests lang ist, also nicht sonderlich aufwendig ist. Ich bin hier auf dem PTR unterwegs und zwar habe ich eine Quest bekommen, beziehungsweise sobald der Patch live geht, bekommt ihr als Hordler in der Saalor, beziehungsweise als Allianzler in Boralos automatisch eine Quest in den Questlog, hier unter Herz von Acerod. Und für beide Quests müsst ihr dementsprechend einmal hier nach Nazmi gehen. Am Ende der Quest-Reihe bekommen wir einfach ein Upgrade von 10 Item Level Flat hier auf unseren Hals. Also lohnt sich das für euch auf jeden Fall und ihr solltet das machen. Ich werde mir jetzt die Story-Quest einmal mit euch gerne zusammen angucken. Ach komm schon, Magni! Die alte Mühle hält dich ja noch aus! Ha! Das Ding konnte uns kaum tragen, als ich noch nicht aus Diamant war! Ich nehme lieber den Landweg! Okay, also wir gucken das zusammen an. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, schaltet hier ab, die Informationen habt ihr auf jeden Fall, die ihr braucht. So. Also, das war jetzt anscheinend die erste Quest. Wir sehen uns in Uldir! Ran! Flieg vorsichtig! Hab schon lange nicht mehr mit einem Hordler gemeinsame Sache gemacht. Aber wenn wir Acerod retten wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Wir haben immer gescheitzt, dass Magni die Last der ganzen Welt tragen will. Und jetzt tut er es wirklich! So war er schon immer. Als Bruder, als König von Eisenschmiede und jetzt als Sprecher von Acerod. Egal wie schwer die Last, Magni nimmt sie alleine auf sich. Seine Sturheit steht seinem Mut in nichts nach. Und dafür hat er teuer bezahlt. Als er zu Diamant wurde, dachten wir, er wäre für immer verloren. Dass er sich geopfert hat, um uns zu retten. Aber das war erst der Anfang. Jetzt hört er alles, was unsere Welt sagt. Und spürt die Schmerzen, die sie leidet. Er wird tun, was auch immer nötig ist, um Acerod zu heilen. Aber diesmal lasse ich nicht zu, dass er die Last alleine trägt. Und jetzt haltet euch fest! Es geht los! Auf geht, geht los! Jetzt hat man endlich mal ein bisschen Story zwischen den Brüdern, ne? Man hat zwar immer Magni gehabt und dann mal Bran, aber so beide zusammen? Selten. So, was dürfen wir jetzt in Uldir machen? Den Laden habe ich ja schon richtig vermisst. Acerod schreit vor Schmerzen! Oh, Cut-Sequenz. Oh, jetzt wird es interessant. Haha! Hier lang! Die Zwerge sind halt so klein im Gegensatz zu dem Elfen, hätte ich fast gesagt. Troll. Oh, Madder ist da. Ich bin die Matrone unnachgiebiger Tradition in tatkräftiger, endloser Recherche. Kennzeichen Mutter. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin... Versucher identifiziert. Bezeichnung Sprecher. Anwesenheit zeugt von direkter Bedrohung für Acerod. Genau! Wir brauchen eure Hilfe, Mutter. Acerod stirbt und nichts scheint sie heilen zu können. Fehler. Uldir-Anlage wurde geschaffen für Erforschung und Verwahrung alter Götter. Rehabilitation des Planeten nicht innerhalb der Missionsparameter. Empfehlung? Mutte-Einheit zur Herzkammer-Einrichtung relokalisieren. Äh, ich will nicht unhöflich sein. Ab... Maschine Magni nicht tragen kann, dann sicher auch keinen Titanenhüter bis nach Silytus. Bestätigt. Portalaktivierung empfohlen. Zielkoordinaten enthalten im Herzen von Acerod. Nun, ihr habt sie gehört, Champion. An's Nark! Nice, die stellt ein Portal, so gefällt mir das. Warte, sind wir jetzt nach Uldir reingelaufen? Nur, dass wir quasi ein Portal kriegen und wieder weitergehen. Aber wir nehmen hier Madder mit, ne? Ach, ich wusste, dass ich meine Zauber rausziehen hätte müssen. Vernichtung aller kontaminierten Kreaturen empfohlen. Na, seh dir, easy. Achso, ich muss beide aktivieren. Ich hab extra ein paar Zauber zumindest rausgezogen. Ich hab ja eigentlich ein anderes Interface. Und ich hab mir auf dem PTR hier schön 415-Trackets gekauft. Einfach, weil da ein Händler rumsteht. Ist ganz praktisch. Also, das ist hier nicht der Live-Server, sondern der PTR. Da kann man sich das einfach beim Händler kaufen, das Gear. So. Genug Blubs gekillt. Jetzt müssen wir zur Herzkammer. Mal schauen. Ah, da kriegen wir jetzt schon die Plus 10. Tor-Diagnose unvollständig. Hohes Verderbnisrisiko der Transportverbindung. Was immer passiert, unser Champion wird damit schon fertig. Ach, die Scheiße. Macht euch bereit. Oh, Old Gods. Irgendetwas stimmt nicht. Wir verlieren sie. Jetzt natschen wir die Male weg hier. Oh. Ach, du Scheiße. Mittagswahl kommt voll. Ich hab halt blöderweise keinen Interrupt rausgezogen. Musste es ohne gehen. Weißt du, Mythrax haben wir halt mit hier 20, 25 Mann gemacht. Und da kommt der Dude, der genauso aussieht. Und den kannst du alleine umklatschen, ne? Ai, ai, ai. Uldia ist wirklich outgeared. Aber der ist genauso hässlich wie Mythrax. Weil er, glaube ich, ein bisschen rötlicher ist, oder? Mythrax war ein bisschen mehr lila, meine ich. So, aktivieren. Ah, okay. Jetzt porten wir uns in die Herzkammer. Oh, wer ist das? Reicht der Vitalität. Ah, die ganzen Irrinnen sind da. Und die Mutter ist auch da. Okay. Hm. Ach, du Scheiße. Das ist immerhin ein Anfang. Ich danke euch, Champion. Wir lassen euch wissen, sobald Mutter eine Antwort findet. Gut, okay. Das war jetzt der Story-Teil. Also, die Questreihe war nicht sonderlich lang. Ihr seht, ich war vorher 407 und hab jetzt 417. Also, einfach flat 10 Item-Level. Was hat die Quest jetzt gedauert? 10 Minuten oder so, wenn überhaupt. Ich hab aber gehört, dass man das mit jedem Char vom Account machen muss. Ja, also mit jedem, wo ihr die 10 Item-Level haben wollt, müsst ihr halt diese Quest machen. Lang ist es nicht. Wenn ihr viele Chars wie ich habt, dann könnte das ein bisschen eine Geplage werden. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ja, ist eine coole Sache. Die kleinen Story-Happen kriegt man wieder hingeschmissen. Und 10 mehr Item-Level, sag ich nicht Nein zu. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich von euch ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Jelah. Bis zum nächsten Mal. Ciao.